Junge, weißt du, wie mein Skin aussieht? Er säht wirklich aus wie so eine 1 zu 1 Mischung aus Michael Wendler und Nathan Drake aus Uncharted. Nathan Drake ist Michael Wendler. Oh, hast du denen auch nur einen Hitmarker gegeben? Ne, ich hab den gefickt. Ach klar, ich hab meinem nur einen Hitmarker gegeben, den Bastard. Hätte ich direkt auf den Kopf. Hätte ich auch. Also im Hedlitsch kannst du eigentlich nichts anderes als den Kopf tragen, aber das Spiel denkt sich, nö, du hast die Hand getroffen. Ich gehe oben lang. Einer links, läuft Tunnel. Einer oben. Ist runtergesprungen? Oh. Fuck. Fuck. Er ist bei uns bei einem Tunnel. Gott. Na, nein, 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 nein. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin dieiete mit ihm zu verbringen. wie dumm kann man sein warum sieht er da du ich bitte das vielleicht auch nur der dachte du erwartest nicht aber sehr dumm sehr dumm ich bin zwar kein fifa-fan ne aber fifa street würde ich jetzt zocken nicht erwähnt es wird auch einfach nicht unlustiger ne einer rechts noch schade mann hätte sie nicht noch ein bisschen neben lassen könnte ich ihn von hinten gefegt ohne der hat sogar abgehängt schon der wichser einer links im tunnel doch nicht habe ihn einer oben ok einfach 10 0 60 haben wir die einfach gezogen ich habe die runde statt